Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und wir reagieren heute so ein bisschen auf einen Artikel von oder über Gerd Kommer im Business Insider. So investiere ich privat mein Geld und ich habe anhand dieses Artikels mal versucht, Gerd Kommers Portfolio nachzustellen und ich bin gespannt, ob mir das gelungen ist und wir werden heute über ziemlich viele interessante Sachen sprechen. Also bleibt unbedingt dran, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ja, dann gehen wir doch erstmal auf so ein paar kleine lustige Anekdoten ein, die in dem Artikel hier drin stehen. Ich kann jetzt nicht den Artikel komplett vorlesen oder so, weil es sich um einen Business Insider Plus Artikel handelt. Ich will natürlich keine Probleme hier oder so bekommen. Ganz interessant, die Bücher von Gerd Kommer haben sich mittlerweile über 300.000 Mal in Deutschland verkauft. Ich fand hier damals diese Herleitung und Umsetzung eines passiven Investment Ansatzes für Privatanleger in Deutschland noch interessanter, als diese reine abgespeckte Version souverän investieren. Aber diese Bücher haben sich, wusstet ihr das, erst ab 2008 angefangen richtig zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wann ich es zum ersten Mal gelesen habe. Ich glaube so 2014 oder so müsste das gewesen sein. Und vor der Finanzkrise hat diese Bücher noch keinen interessiert. Und da gab es aber schon die erste Auflage. Und er sagt, dass erst in der Finanzkrise die Leute angefangen haben, dann auch wirklich mal umzudenken und eben auch an ETFs als Investment Vehikel und so weiter zu denken. Finde ich ganz interessant. Ja. Und was man eben auch noch hier feststellen kann, ist, dass er das gepredigt hat, was wir eigentlich so überall auch immer hören, was sehr vernünftig ist und was auch sinnvoll und vor allem extrem eigentlich fundamental für die langfristige Vermögensaufbau-Geschichte ist. Und zwar das Aufbauen einer erhöhen Sparquote und dass man nicht so viel Geld zu Beginn verpulvert. Ja. Und ich sehe das immer wieder. Erst gestern haben wir den Film Hasslers geguckt. Ist natürlich nur ein Spielfilm und so. Aber das ist so eine Sache, die so häufig auch immer wieder zu sehen ist in der realen Welt, dass jemand anfängt, viel Geld zu verdienen und dann im gleichen Zug anfängt, dieses ganze Geld überall eben rauszupulvern. Und man sieht das dann teilweise und denkt sich so, ojojojo, ich hoffe, der legt ein bisschen was zurück, ja. Und investiert ein bisschen, dass, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, bumm, dann auf einmal es richtig anfängt zu schmerzen. Und ich sage euch eins, viele Leute denken ja immer, es ist extrem schwer, reich zu werden. Und wenn man es aber einmal geschafft hat, diese erste Million geschafft hat, dann ist eigentlich das ganze Leben total easy und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm und so. Und ich kann sagen, das ist ganz, ganz, ganz weit weg von der Wahrheit, weil es ist dann noch eine übertriebene Kraftanstrengung, auch dieses Vermögen zu behalten. Einerseits, damit man es eben clever investiert, auf der anderen Seite eben auch den ganzen Versuchungen und so weiter zu widerstehen. Und daran sieht man ja auch immer wieder, dass Leute halt einfach, die einmal Vermögen aufgebaut haben, irgendwann auch wieder mehr mit nichts dastehen. Und ich bin immer heilfroh darüber, dass ich auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, erstens mit den Investments, aber auch in anderen Lebenslagen und so, ich eben nicht das Geld, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe und verdient habe, eben alles zwischendurch wieder rausgepulvert habe. Zurück zu Gerd Kommer. Er hat eben vorher ja bei einer Bank gearbeitet, war teilweise sogar in Südafrika, aber auch in London und hat bis zu 16 Milliarden Euro verwaltet, hat dafür ein gutes Gehalt bezogen. Und dieses Gehalt hat er eben zum großen Teil nicht verplempert und für Rolex-Uhren oder so weiter aus dem Fenster geworfen, sondern hat es investiert und zwar genau auch in der New Economy Bubble Blase hat er dann ETFs und so weiter angefangen zu kaufen und ist damit laut Business Insider dann zu einem deutlichen siebenstelligen Vermögen gekommen. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und das sieht man halt immer wieder, wie wichtig das ist. Was jetzt die einzelne Auswahl seiner Investments und so weiter angeht, da setzt er ja allbekannt nicht auf einzelne Aktienunternehmen, sondern ausschließlich auf ETFs und passive Investmentstrategien. Und er schreibt hier, das muss ich dann doch zitieren an dieser Stelle, dass er in alle Aktien investiert, dadurch in die Guten und eben auch in die Schlechten. Das ist natürlich ein Thema, über das kann man jahrelang diskutieren und jahrelang philosophieren. Ich finde auf jeden Fall diesen wissenschaftlichen und rationalen Ansatz einerseits sehr interessant und sehr aufschlussreich und ich finde, jeder Mensch sollte sich das passive Investieren zumindest mal genau anschauen und zumindest mal eine Weile austesten und gucken, ob das für einen selber gut funktioniert und ob man mit dieser Strategie auch wirklich sich kontinuierlich weiterbildet und seine Ziele damit erreicht. Auf der anderen Seite muss ich immer bei diesem ganzen Thema wissenschaftliches Investieren und so sagen, ist es auch so, dass sich jeder Mensch natürlich immer diese wissenschaftlichen Daten und Fakten und so weiter zusammensucht, die ganz gut in seine eigene Story reinpassen. Also ich sage immer so leicht zynisch an dieser Stelle, wäre man jetzt zu 100% ein wissenschaftlicher Investor, dann würde man sich nicht selbstständig machen mit einer eigenen Vermögensverwaltung und so weiter, sondern dann würde man bei dem großen Unternehmen arbeiten bleiben und dort weiter sein Geld verdienen und so, weil statistisch gesehen und wissenschaftlich gesehen ist es eben höchst risikoreich, ein eigenes Unternehmen zu gründen und ihr versteht glaube ich, worauf ich hinaus will. Das heißt, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ich investiere jetzt mein Geld auf eine rationale Art und Weise in einen breit diversifizierten Fonds, weil ich nicht glaube, dass mit einem einzelnen Unternehmen mehr risikoajustierte Rendite langfristig möglich ist. Das ist vollkommen legitim, wenn man so denkt. Aber dann müsste man eigentlich auch sagen, okay, mein ganzes eigenes Geld, was ich jetzt in meine Selbstständigkeit und so weiter investiere, das investiere ich schon ein bisschen irrational, weil eigentlich ich ja weiß, dass aufgrund der ganzen Wissenschaft und so weiter viele, viele Selbstständigkeiten, und zwar mehr als die Hälfte und Unternehmen, eben es nicht erfolgreich schaffen. Ja, also das ist so ein bisschen, finde ich, immer so ein kleiner Widerspruch und deswegen, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, auch so ein bisschen in Einzelaktien und so weiter zu investieren. Ich will das Ganze aber nicht zu groß breittreten hier, weil ich weiß, es ist einfach eine Sache, über die man ewig diskutieren kann. Kommen wir jetzt mehr so zu diesem eigentlich spannenden Thema, wie ist denn das Depot aufgestellt? Und hier schreibt er, dass er eigentlich in 80% Aktien-ETFs investiert und 20% in Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, also so die 80-20-Methode kann man sagen. Und jetzt gibt es aber noch bei den Aktien-ETFs eine kleine Besonderheit, und zwar die Übergewichtung eines Small Cap und Value Faktors. Das heißt, er macht jetzt hier nicht die klassische 70-30-Variante mit MSCI World und MSCI Emerging Markets, sondern er gewichtet eben kleinere Unternehmen und Value-Unternehmen ein bisschen mehr. Wie genau, erfährt man leider nicht in dem Artikel, aber ich habe das jetzt einfach mal versucht, hier auf Spatz darzustellen und habe euch jetzt einfach mal das Ganze so ein bisschen aufgedröselt. Wir gehen jetzt mal kurz in die Allokation rein. Das sind jetzt hier insgesamt 5 ETFs. Wir haben jetzt hier einmal einen ganz normalen MSCI World ETF hier mit drin. Und dann haben wir auf der anderen Seite als Aktienanteil aber noch einerseits einen MSCI World Value ETF und eben nochmal einen Small Cap ETF mit drin. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau in welcher Gewichtung, aber würde man jetzt nur diese drei in dieser Gewichtung hier haben und die zusammen sind eben 80% des Aktienanteils, dann könnte man schon sagen, dass die beiden übergewichtet sind, weil in der normalen Allokation beim Aktien ETF eben die groß kapitalisierten Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und so natürlich die ganz klar größten Gewichtungen auch haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel das so aufteilst, dann hast du natürlich schon eine deutliche ausgeglichenere Gewichtung, dadurch, dass du eben auch die kleineren Unternehmen mit drin hast. Ich habe euch das Ganze auch mal hier zum Beispiel mit aufgerufen. Das ist jetzt hier der andere, das ist der Online ETF, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, sondern hier dieser Small Cap ETF, wie ihr seht. Und da sind dann eben auch solche Unternehmen hier drin wie Ovintiv Inc. oder Carlyle Companies, Darling Ingredients Inc., Builders First Source Inc. und so. Und das sind dann alles so Unternehmen, die dann eher so eine Marktkapitalisierung von 1, 2, 3 Milliarden bis hin zu auch schon so 9 bis 10 Milliarden und so weiter haben, aber eben halt keine riesigen Dickschiffe mehr mit drin sind. Die hättest du natürlich trotzdem noch in diesem klassischen MSCI World mit drin, aber eben in einer viel ausgeglicheneren Gewichtung, als wenn du das halt eben auf die klassische Art und Weise machst. Ja, und dann hat er noch 20% in sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatsanleihen. Da habe ich jetzt hier auch nochmal zwei ETFs mit eingefügt und diese auch über ETFs abgedeckt. Also nicht jetzt irgendwie eine einzelne Unternehmensanleihe von Apple oder Microsoft, die ja beide ein Top Rating haben beispielsweise gekauft, sondern ein ETF gekauft. Und dieser ETF bildet dann beispielsweise hier diese verschiedenen und sehr gut diversifizierten einzelnen Anleihen ab. Und je nach Rating und so weiter hat man dann entsprechend eben auch eine sehr gute, ja, risikoajustierte Diversifizierung in Bezug auf sein Gesamtdepot. Ja, und jetzt wollte ich aber noch so ein bisschen darauf eingehen, ob das denn überhaupt sinnvoll ist, 20% seines Depots hier in so ETFs und so weiter zu investieren. Weil man stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, versuchen wir das Ganze mal runterzubrechen und alles zu vergessen, was wir bisher irgendwie mal gelernt haben. Man sagt sich so, okay, ich will 20% meines Depots in Anleihen investieren. Aus welchem Grund? Will ich die Schwankungen des Gesamtdepots reduzieren? Weil, wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel so einen einzelnen ETF hier angucken, nehmen wir mal hier diesen Ultra Short Bond ETF. Okay, und wir gucken uns jetzt hier zum Beispiel mal die Entwicklung in den letzten 5 Jahren an, dann sieht man hier noch keine sehr große Erkenntnis. Wenn ich aber jetzt mal einfach so als Beispiel mir so ein Nasdaq oder irgendwie sowas hier mit reinhole als Vergleichen Aktienindex, da seht ihr, okay, wie viel weniger volatil eben diese Anleihen ETFs eben sind. Und aus diesem Grund könnte man sich sagen, okay, ich brauche vielleicht immer ein bisschen Liquidität zwischendurch. Ich weiß ja nicht genau, wie meine Lebensplanung in Zukunft ist. Vielleicht will ich ja auch irgendwann nochmal eine Immobilie anzahlen. Das steht nämlich übrigens auch in dem Artikel, dass er darüber nachdenkt, in Norditalien halt ein kleines Häuschen zu kaufen. Okay, aus reinem Konsumwunsch, ja. Also jetzt nicht, um damit Geld zu machen, steht ausdrücklich mit drin. Und deswegen, ich brauche vielleicht irgendwann mal Geld und dann ist es ja blöd, wenn ich vom Aktienmarkt dann das Geld abzwecken muss, wenn gerade ein Bärenmarkt stattfindet. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum man das macht. Weil wenn ich eigentlich die Schwankungen reduzieren will und dann auf der anderen Seite aber wieder die Small Caps und Value Caps und so weiter Übergewichte im Vergleich zu den anderen, dann habe ich ja dadurch auch eine zusätzliche Schwankung wieder mit eingebaut. Klar wird es jetzt nicht so stark wie das, was ich wiederum über die Anleihen kompensiere, aber trotzdem ist es dann schon so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch meiner Meinung nach. Und dieses Liquiditätsargument ist deutlich vorne. Jetzt wirst du aber natürlich sagen, naja, Liquidität hin und her, man könnte ja auch einfach in Tagesgeld und Festgeld investieren. Stimmt's? Ja. Und wenn ich jetzt mir hier so einzelne Tagesgeld, Festgeld vergleiche und so weiter, beispielsweise mit Bundesanleihen jetzt mal hier irgendwie anziehe, dann sehe ich, okay, krass, da habe ich halt eigentlich auf Dauer auch viel bessere Renditen erzielt für eine Sichteinlage, die auch noch bis 100.000 Euro, ja, staatlich gesichert ist, wohingegen zum Beispiel eine Unternehmensanleihe oder eine Staatsanleihe ist theoretisch nicht gesichert. Klar, ein Staat wie USA, die kann auch immer wieder Geld drucken, da ist es jetzt nicht so ein extremes Risiko, aber beispielsweise eine Unternehmensanleihe, die ist natürlich nicht besichert, ja. Und von daher könnte man auch sagen, hm, warum nehme ich dann nicht einfach so eine Mischung aus Tagesgeld und Festgeld, statt jetzt einfach das Ganze in Anleihen zu investieren. Nun ja, ich habe es auch gerade eben schon so leicht angedeutet, weil diese Sicherung eben immer nur bis 100.000 Euro gilt. Und gerade größere Vermögen es dann immer irgendwann zum Problem haben, dass wenn du jetzt bei deiner Bank beispielsweise bist und du hast eine Million da einfach nur liegen, egal ob in einem Festgeldprodukt von der Bank oder einfach nur normal auf dem Girokonto, wo auch immer, dann ist eben potenziell nur bis 100.000 Euro dieses Geld pro Bundesbürger, pro Bank und so weiter dort geschützt, ja. Und wenn jetzt die Bank beispielsweise einen Ausfall hat, dann sind vielleicht 900.000 einfach weg, ja. Und deswegen macht es schon einen sehr großen Grund und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum jemand wie Gerd Kommer eben auch Anleihen und so weiter hier mit drin hat, ist, dass ab einer bestimmten Vermögensgröße es einfach relativ gesehen etwas sicherer ist, breit diversifiziert in verschiedenste Anleihen und so weiter zu investieren, weil man eben dort zwar nicht auf jeder einzelnen Anleihe basierend von einem einzigen Unternehmen, aber schon im Gesamtkontext eine sehr gute Diversifikation hat und eben über das ETF-Konstrukt natürlich dann wieder alles auch als Sondervermögen, ja. Und deswegen, ja, einfach so ein bisschen als kleiner Vergleich, für den normalen Privatanleger ist meistens meiner Meinung nach Festgeld, Tagesgeld und so weiter deutlich attraktiver, aber ab einer gewissen Vermögensgröße, die deutlich über 100.000 Euro, die man jetzt in Anleihen oder die man in Anleihen oder Festgeld und so weiter haben könnte, muss man sich ja immer die Frage stellen, wie gut ist die Bank, ja, bei der ich mein Geld habe, ja. Also ich gucke zum Beispiel auch hier auf der Insel immer, wenn ich ein Bankkonto irgendwo eröffne oder wenn ich jetzt für mein Unternehmen oder irgendwie anders ein Bankkonto brauche, bei welcher Bank vertraue ich denn das an, ja, wie ist denn das Rating und so weiter, weil wenn du natürlich dann einfach Geld dort liegen hast und die Bank geht pleite und das ist in Spanien immer mal wieder irgendwie auch vorgekommen, kann man natürlich hoffen, dass die gerettet wird oder man hat eben clever das Ganze auch vielleicht ein bisschen gestreut, ja. Und deswegen einfach so als kleine Einordnung für euch, meiner Meinung nach, warum jemand wie Geldkommer eben auch auf Anleihen, ETFs und so weiter setzt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie gesagt, für die meisten Privatanleger ist das in der Regel meiner Meinung nach nicht so zielführend, da ist es eigentlich relativ gesehen besser, sich sowas aus Tages- und Festgeld zusammenzusetzen. Ich persönlich, ich mache das auch ganz gerne. Hier habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt über solche Angebote wie Weltsparen von Raisin. Hier könnt ihr euch dann alles über ein einzelnes Cockpit oder über ein einzelnes Dashboard ein Konto erstellen und habt dann bei den unterschiedlichsten Tagesgeld- und Festgeldangeboten EU-weit Möglichkeiten, eben Zinsen und so weiter zu bekommen. Ich zeige mal das Ganze, wie es in der Praxis dann funktioniert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ich habe hier Heustsparen, das ist eine Bank aus Schweden, da kann ich mir das Ganze jetzt angucken. Okay, wir haben jetzt hier beispielsweise ein Tagesgeldangebot, beziehungsweise das ist jetzt Festgeld, Tagesgeld ist 0,25% pro Jahr. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich könnte jetzt beispielsweise ein Jahr lang auf das Geld verzichten, da habe ich eine perfekte Planbarkeit, und dann kriege ich bis zu 1,35% Zinsen. In letzter Zeit sind die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen. Bei zwei Jahren sind es dann sogar 1,75%. Aber man muss natürlich sagen, bei zwei Jahren Anlagedauer habe ich natürlich dann wieder mehr Sachen, die in meinem Leben wieder passieren können, wo ich dann vielleicht doch auf mein Geld zurückzugreifen muss und so. Und dann kann ich mir halt hier eben unter anderem, zum Beispiel bei so einer Heustbank aus Schweden oder eben bei Banken aus Frankreich oder aus Belgien, aus dem gesamten EU-Spektrum eben auch Tages- und Festgeldangebote sichern und das Ganze über ein einzelnes Konto. Also check it einfach out. Hier unter diesem Video habe ich es für euch verlinkt. Und auch dort gilt die Einlagensicherung, bis 100.000 Euro, habt ihr hier auch auf der Seite sehr gut erklärt, auch wie das Ganze mit den Steuern und so weiter funktioniert und den Unterlagen und so. Das ist eigentlich alles hier top erklärt. Und es gibt auch noch den Aktien-mit-Kopf-Bonus. Hier unten seht ihr es nochmal. Das heißt, je nach Anlagebetrag, den man dort für Festgeld und Tagesgeld und so weiter investiert, kriegt man auch nochmal hier diese jeweiligen Boni über den Aktien-mit-Kopf-Link gutgeschrieben. So viel am Ende noch zu diesem spannenden Thema Tagesgeld, Festgeld, Anleihen und so weiter. Wie gesagt, für den Privatanleger meistens finde ich Festgeld, Tagesgeld völlig ausreichend. Für größere Vermögen eignet sich durchaus auch mal Anleihen-ETFs und so weiter mit einzubauen. Aber ansonsten sehe ich persönlich jetzt nicht so einen extremen Vorteil darin. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.